So, da oben ist das. Wollen wir ab hier zu Fuß gehen? Ja, ne? Ja, ist halt. Verfick dir Scheiße! Oh, Volksherr! Komm! Oh, ne Karte! Geil! Oh! Voll überlaufen, Geil! Hey, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück zum Angezockt von Ghost Recon Wildland. Mit am Start ist der Melandros. Hi! Mahlzeit! Und der Volks, grüß dich! Mahlzeit! Und ja, wir machen weiter an dieser Stelle. Euch weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Melandros ist Fahrer und ich bin einer Kanone. Es kann nichts schief gehen. Hoffe ich doch. Also, los geht's! Jetzt schalten wir die Rebellensenderanlage an. So, jetzt habe ich die Trupplautstrecke runtergestellt. Jetzt höre ich nichts mehr, kein Echo mehr. Alles klar, ist gut. Ach, hier war schon. Ja, wir sind hier schon, das kann nicht sein. Wir sollen hier irgendeine Anlage ausstellen, wir waren doch hier schon. Doch, ist hier, doch. Hat er recht. Na komm, ich steige hier aus. So, Rebellen haben wir mit grünen Punkten. Ich kletter hier aufs Dach. Oh, ne. Okay. Äh, was? Rebellen sind verbündet, die in ihrem Kampf helfen. Rebellenoperationen schalten oder frei. Lokalisieren die Rebellen auf der Taktikkarte. Okay. Ich starte mal hier. Ja, mach mal. Ah, da kommen die. Die kommen. Du hast die mit den roten Autos, oder was? Ja, ja, ja. Oh, der wird schon geballert. In eine Drogenversicht zu verwandeln. So, dass du den scheiß Sender zusammenschießen. Gut. Oh. Los, nicht sie weg. Wir dürfen uns nicht immer das Signal stören lassen. Nebeneinsatz gescheitert. Das Ding ist die Luft geflogen. Oh. Okay. Ja, das Auto ist explodiert und der Überträger da, der Sender ist. Der darf nicht explodieren. Okay. Okay, wir haben den Einsatz nochmal neu. Äh, ich würde sagen, wir fahren mit dem Auto so auf die Straße, dass ich die vielleicht schon wegputzen kann. Okay. Ich hoffe, das Auto steht da noch. Äh, wo bin ich jetzt? Aber nicht da, wo wir eben waren, ne? Keine Ahnung. Ne. Auch wir sind wieder hier beim Fluss. Alles klar. Scheiße. Wir haben 4,1 Kilometer zu fahren. Boah. Und natürlich, äh, ich nehme das Auto. Ich fahre. Oh. Wir landen uns hinter dir. Torrad. Motorrad? Okay, ich nehme das Auto. Oh. Ah, hier oben ist das roter Auto schon hier hinten. Wir geben uns am Dach über den Norden, denn der Luft ist voll. Oh, ist ein Blutchen, die Weiß aus dem Bresen. Hört nicht auf Bacadaris Befallen zu versprechen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, würdet euch das wissen, dass der Land nach der Reichheit der ... Der Motorrad querfällt ein, ey. Ich füge Santa Muerte, Ohri, Segen. Es ist besser. Ich füge Santa Muerte, Ohri, Sieg, und so übere. Wer schießt denn da ein? Du bist ja die Arme nachden, die ist nötig aber zu. Natürlich nicht! Herr, sag! So wie du meinen Brüdern beigestanden hast, so hast du auch hier beigestanden. Daran, glaube Santa Blanca, das dienergott weiß, Santa Blanca, dass wir eine Welt schaffen können, in der wir alle leben wollen. Ach, Melandros! Aber mit dem Bursche, nichts passiert, alles ist gut gegangen. Wow! Das war 1,4. Oh, das hat geknallt. Ja, die alte, die Karre ist schon voll Schrott, ey. Der Scherz ist eigentlich auch ein Fuggeräusch, das ist der ein Vergnügen mehr zu. Kannst du euch was zu den aufregenden Gerüchten über eines Tauchboots sagen? und die lenkung ist echt zu wünschen übrig teilweise ich komme wieder raus radio aus das gelaber gibt mir auch den sack sagt weil der lenkt nicht mehr und die sehr entschieden hohe muss dann noch bilden melandros das ist der fluss gelandet ok hinten ist ja hinter uns nicht der weil ich spreche aus wir steigen hier mal aus und hier muss ein anderes auto das ist ja schon voll schrott hier wir landen uns wo bist du da alles klar los steig ein jetzt hier ich brauche deine auto bruder raus so da oben ist das wollen wir ab hier zu fuß gehen ja ne alles klar alles klar verfickte scheiße oh volks ja komm oh oh voll überlaufen geil voll überlaufen geil also ich glaube nicht dass unser kanonen auto hier noch steht ich habe gedacht ich kriege jetzt eine wiederbelebung ach so ja warte ich gucke mal ob die tare noch steht hier wir haben ja die mission neu gestartet auch vielen dank wir müssen uns irgendwo günstig positionieren dass wir die wegnetzen können ja dann müssen wir dann weiter nach oben gehen ey der kann hier unten runter kommen ey der hat mich jetzt berührt und hat mich wieder umgefahren ey boah alter der verkehr ist ja echt schlimm was macht er so ich werde da oben hoch gehen ich starte ne warte jetzt schon zu spät ich komme hier nicht rein scheiße es gibt feindaktivität und ich bleib hier oben der karl ist hin gut gemacht räumt wir auf und dann weiter der verdammte sender nimmt ne menge schaden wir müssen den sender beschützen da ist nur noch einer Boah Komm noch ein Auto Mist Schärfschütze weil die viele hier Das war ich ja. Ich habe mal zwei das Auto gehabt. Tango ist tot. Hat Aris Botschaft ist raus. Wird sein Volk motivieren? Du siehst scheiße aus! In Deckung! Ich höre. Einer meiner Leutnants konnte Ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf versteckt. Verdammt mutig von ihnen. Zur Vergeltung. Hier ist noch einer irgendwo. Ja. Mein Leutnant lebt noch. Vermutlich um ihn auf eine grausamere Weise töten zu können. Verstanden. Sind unterwegs nach Kulta. Alter. Da ist der Einsatz fertig. Du hast hier voll die Schießereien. Kannst nicht schießen, ne? So, hier muss es irgendwo Munition geben. Wo der Generator ist? Gibt es da irgendwo erste Hilfe? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüderin Itaqua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch und sie werden kommen. Ich werd dran denken. Keine erste Hilfe hier, schade. Okay, komm, nehmen wir den Pick-up. Und weiter geht's im Text. Wo müssen wir denn hin? Da oben, wo der Fallen ist. Ja, das sind zwei gelbe Pfeile. Ich hab jetzt einen markiert. Ne, bei mir ist das. Ach doch, da brauchen wir den unten. Ne, mal da oben. Die Jacke wie Hose anwescht. Wo sind wir denn näher, wo sind wir überhaupt? Wir sind näher an dem oberen Fall. Die oberen habe ich ja schon markiert. Okay. So, was haben wir denn? Objekte? Fernglas, Zoom, Miene, Ablenkgranate. Objekte? Stabiles Ziel, jawoll. Hab ich noch mehr? Ne. Alter! Da bist du einmal im Menü und schon haben wir einen Unfall. Alter! Und jetzt werden Musik zu denen mit dem Polo wackeln können. Das habe ich hier eine Einladung von Melandros. Warum? Ablehnen, zack. Kann ich noch etwas machen hier? Teile? Zieloptik? Ne. Ach mann. Ein Kulta gefangen gehaltener Rebell könnte wichtige Informationen zu Jury und Polito haben. Noch 1,5 Kilometer. Wir sollen noch so einen Typen befreien. Alles klar. Da hängt er draußen. Sehr cool gemacht. Auf jeden Fall. Noch viel Fahrerei, ne? Was ist dieses lila hier gleich links neben uns? Irgendein Liedernes Auto steht da oben. Auf der Karte, auf der minimap siehst du es ganz rechts. Ja, ja, ja. Ich muss sie hier hochfahren, den Weg, ne? Wollen wir hier gucken oder wollen wir den Auftrag wahrnehmen? Können wir mal gucken. Das sollte eigentlich direkt hier sein. Ich steck mal aus. Ach, hier ist Rebellen-Unterstützung. Oder auch nicht. Pass auf, wo du hinstiegst. Ich sehe mir nicht nach oben. Hab ihn. Die wissen von uns. Okay. Das war mit dem... Punkt. Okay. Alles klar. Die lilanen, ähm, sind wie die Cops irgendwelche Unterstützungseinheiten, die uns anjagen. Und wir haben auch Heli, ne? Liegen auf jeden Fall gute Waffen auf der Erde. Mit Scope. Jawoll. Schönes Scope dran. Hier vor mir liegt noch eine Waffe. Kannst du aufnehmen. Da. Am Auto. Hier. Da, ja. Sonst haben wir hier irgendwo was, ne, ne? Okay. Wir nehmen wir das Auto. Aber die ist besser hier. Die mit dem Scope drauf. Ja, die hat den Scope drauf. Da müssen wir in den kommenden Schalldämpfer drauf kriegen. Mellandros, bitte einsteigen. Bin schon am... Achso, Volks, bitte einsteigen. Warte. Anderes Auto. Hahaha. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Geht nicht. Kannst du hinten rein? Ne. Ja, dann lass das andere Auto wieder nehmen. So, jetzt muss ich mal eben gucken, dass es gesellt wird. Okay. Einsatzziel. Wenn wir diesen Liedern verhält sich das wie in GTA die Polizisten, wenn du die nicht besiegen kannst oder außer Reichweite bist, dann kommt immer mehr und immer mehr. Ja, ich glaube richtig viele Wellen. Das hier kann direkt die aufeinander nehmen, ist das geil. Jedes Teil einzeln drin. So, da vorne sind wir, ne? 200 Meter. Da würde ich hier mal eben gucken mit der Drohne. Nicht, dass wir gleich wieder Techtelmechtel mit irgendwelchen fiesen Dings hier haben. Simultanschuss. Einführung. So, Simultanschuss. Visieren Sie ein Ziel an und drücken Sie Q, um es für einen Simultanschuss zu markieren. Schießen Sie oder halten Sie erneut Q, um einen Simultanschuss durchzuführen. Sehr gut. Okay, mit Q kann man also markieren. Alles klar. Oh, da hängt einer am Streck. Ja. So zwei. Ich werde hier mal die Drohne losschicken. Die Drohne ist oben. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango's. Oh, hinter uns sind auch welche. Oh, bleib doch mal in Deckung, ey. Ich bin doch in Deckung. Ja, sehe ich. Die haben mich sofort gesehen nach dem Haus. Shit, die haben uns. Oh. 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 Was? Oh. Eher? Er ist getroffen. Tango getroffen. Tango getroffen. Sehr schön, da gibt es irgendwo Munition. Ziel am Boden. Wo ist die Wartenkiste? Wie war die? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ah, ich sehe sie hier. Genau vor mir. Da muss sie sein. Nett. Neue Zubehör erhalten. Unterlauf. Was ich aufgenommen habe, weiß ich nicht. Teile, Neue, Unterlauf, alles klar. So. Zurück. 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 Jawohl. Irgendwo gibt es hier aber auch noch Munition. Ja, hier rechts. Da. Ja. Da, alles klar. Jawohl. So, dann haben wir das Ziel da vorne. 100, paar hundert Meter oder 150 Meter. Oha. Da ist das zweites Ziel. Da haben wir einen Sniper, glaube ich. im Turm ist es. Komm, zeig dich. Hast du ihn? Na, mach los. Na, mach los. Na, mach los. Na, genau. Hier sitzen zwei. Volltreffer. Jetzt sind die beiden hier oben ausgeschaltet. Hier oben zu der. Alles gut, Hermano? Was wollen Sie von mir? Jury und Polito, Ihre Folterknechte. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So, so viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo aus dem Land. Da, da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut, tut mir leid. Ist schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Grazie. Einsatz abgeschlossen, jawohl. So, dann schauen wir auf unsere Karte. Meine Fertigkeit verpflichtbar. Dann machen wir doch hier das nächste gelbe. Story-Einsatz. Das Kartell hat einen Rebellenführer namens Amaru geschnappt. Verhören Sie einen Santa Blanca-Leutnant nach Amarus Standort und dann befreien Sie ihn. Alles klar. Aber das, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge von Ghost Recon Wildlands. Das Ganze im Angezockt. Also bis zum nächsten Mal. Macht einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, macht's gut und ciao. 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 Vielen Dank.